Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Wir stehen hier vor dem Grafen und haben sein Kuscheltier dabei. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie wir ihm das geben, aber das werden wir hier herausfinden. Erstmal nehmen wir den da oben noch mit. Dann wird, glaube ich, beim letzten Mal schon abgeschossen, das wurde aber leider nicht gespeichert. Und, äh, hi. Hier ist dein Schmuh, oder wie auch immer er heißen mag. Oh, Schmuh, du bist zurück! Du bist willkommen. Lovable, little scamp! I should scold you. You had me worried to death! Oh, but I can't stay mad at that face. Uh, you. By the cardmakers, Count Schmuh III, you're back home with Daddy! You've done good here today, noble child. You've returned my Schmuh to me, which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. And now let me give you this finger. It's yours. I hope that with it, you can uncover the truth of my father's murder. Äh, woher genau stammt der Finger? The crime scene. One of my servants found it there. It's been long since replaced by a battlefield, but... Go on! Take it! Carry it with pride. Immer. Gut, wir haben den Finger bekommen. Belohnung. Dunkler, kleiner Finger. Ein verschumpelter, kleiner Finger mit einer bösen Aura. Ob er bei Nishka will Erinnerungen wecken würde? Es gibt da einen Weg, das herauszufinden. Aber wenn nicht, kann man suchen, ne? Das ist das Gegenstück zu dem, mit dem wir vorhin oder letztes Mal gesprochen haben. Ich dachte, alle im Hochwettenhafen neben ihnen. Ist das nicht dreifach verraten, wenn man so redet? Ja, das fände ich auch sehr anstrengend. Das muss ich zugeben. Was? Er hat seinen Schatten abschneiden lassen? Was weißt du noch über den Grafen? Er hat bestimmt auch gute Seiten. Hier. Toll. Gut, ähm, hier geht's weiter. Dann machen wir das auch so gleich mal, ne? Aber wir wollten ja jetzt zu Nishka. War der nicht... Sind wir die nicht schon vorbeigekommen? Müsste der nicht irgendwo noch hier hinten sein? Der war, glaube ich, am Anfang von den Brücken, oder? Weil über den Typen da kann ich ja reisen. Ich weiß nur nicht, ob die Story da direkt weitergeht, wenn ich jetzt in diesen Kreis laufe. Ich drücke immer RB, weil ich schneller rennen will, weil ich immer vergesse, welcher Knopf das ist. Weil es ist LB. Und wenn ich das... Da ist noch ein Ding zum Aufschießen. Da, das müsste doch Nishka sein. Nee, das tut die T-Stunden. Stimmt ja. Ich habe den Grafen getroffen. Du hast? Describe ihn mir. Er ist verrückt, böse und gefährlich. Er wittert an jeder Ecke einen Attentat. Oder einen Attentäter. Das heißt, er ist immer gut darauf vorbereitet, an einem Attentat zu entkommen. Er ist davon besessen, nicht ermordet zu werden. Aber es funktioniert, das muss man ihm lassen. Hier. Das ist nur logisch von ihm. Danke. Je mehr ich weiß über ihn, je mehr kann ich ein prädiktives Modell seiner Behaviour bilden. Sehr gut. Ich werde meine Suche fortsetzen und zu dir zurückkehren. Aber ich weiß trotzdem nicht, wer Nishka war. Verdammt. Warum sind die denn alle nicht mitgespeichert worden? Die haben doch alles schon mal abgeräumt. So. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Wir werden den Finger schon noch übergeben können. Den haben wir ja nicht mehr sonst gekriegt. Ich höre mal ganz kurz auf. Nein. Darauf wird nicht hin. Äh. Tagebuch. Mh. Im Auftrag des Grafen haben wir erledigt. Äh. In der gleißenden Sonne von Dreherstallern mysteriöse alte Glocke. Daneben starrt er etwas weniger mysteriöse alter Mann. Reginaldovio. Ein entfernt der Verwandte der kriegerischen Drillinge. Aha. Verschollene Cousine. Erkenntlich zeigen, wenn wir die Grüße übermitteln. Vielleicht feiert sie gerade mit dem Herzog im Norden Nebelschwaden-Garten. Im Nebelschwaden-Garten. Okay, da kommen wir wahrscheinlich später noch hin. Genau. Trifft die Baroness, trifft den Herzog. Äh. Trifft den Grafen haben wir abgeschlossen. Ich dachte wirklich, wir müssten sofort gegen die kämpfen. Aber gut. Henry brauchen wir noch. Das Objekte Baroness. Das ist der Gegenstand des Herzogs. Genau. Und die Tartoffen müssen wir finden. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. So. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Wir müssen bewürfeln. Er hat sich da so ein bisschen losgeschraubt. Aha, aha. Er macht jetzt den Weg frei. Noch irgendwas zum Abschießen? Nee. Doch da. Das war zwar voll daneben, aber zählt trotzdem. Ah. Dann sehen wir mal einer an. Money. Sehr gut. Da ist sie noch mit. Das sieht so bewohnt aus. Ich würde gerne klopfen. Wo waren wir hier noch Money-Decks? Da haben wir gleich das königliche Nostalgium. Da dürfen wir aber noch nicht reinlassen. Schloss vor. Da treffen wir bestimmt diese Nebelschwaden-Garten oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auf dem Charakter treffen, den wir treffen sollen, dessen Name ich wieder vergessen habe. Ähm. Genau. Das wollte ich ja mal ausprobieren. Kann ich jetzt wieder... Jetzt kann ich wieder kaufen. Ich... Keine Ahnung. Wir nehmen die Angriffskarte... Äh, die Schaden. Das Schaden-Pack. Uh. Äh. Still. Vierstads Rache. Beschwöre einen rachsüchtigen Geist von Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt allen Gegnern Schaden zu, die ihm im Weg sind. Nett. Und er hier. Hand des Schattenmanns. Hand des Schattenmanns. Der Schattenmann vergiftet Ivins Waffe. Jeder Treffer vergiftet den getroffenen Gegner. Der Zauber hält 30 Sekunden lang an. Das ist auch nett. Den nehmen wir auch mit. Fernwege noch. So. Eine Heilglocke. Ja, wir sparen aber, glaube ich, jetzt erstmal. Wieso mal gucken. Unser Kartenseck ist jetzt wahrscheinlich eh zu groß. Ah ne, 15 von 15. Aber wenn ich den jetzt reinnehme, ja. Okay. Den möchte ich auf jeden Fall drin haben. Ach, das Glöckchen haben wir sogar schon gekauft. Mal sehen wir mal an. Äh. Der sollte eigentlich befreien. Ach, der ist schon drin. Okay. Äh. Die hätte ich gerne. Ich muss gleich vier Karten wieder rausschmeißen. Hm. Hä? Wenn du ein Blinzelmanöver ausführst, verringert sich die Lebenssorde an der Waffe kurz. Ach, ne. Den wollte ich gar nicht. Der kann eigentlich wieder raus. Wie heißt denn der? Äh. Schmiede blinken. Schmiede blinken. Da. Der kann raus. Weil ich den eigentlich drin haben möchte. Den Blinzelangriff. Hm. Das ist der Hammer. Ja. Den Geist hätte ich ganz gerne. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt fünf Karten zu viel. Äh. Das bleibt auf jeden Fall. Das Schwert auch. Das glückliche Hähnchen. Ja. Den Bogen behalten wir auch. Die Bombe. Die kann ich, glaube ich, rausnehmen. Hm. Den hätte ich auch ganz gern drin. Den auch auf jeden Fall. Die Zeitfall hätte ich auch ganz gern. Die Schnellziehung. Ja. Ja. Den nehme ich mal raus. Den nehme ich auch raus. So. Da ich hiervon nichts mehr ablegen möchte. Huch. Nehme ich mal die Schnellziehung noch raus. Und eine Karte haben wir jetzt noch zu viel. Äh. Hm. Das ist ein Token mehr. Kosten alle ein weniger. Da nehme ich. Hm. Ich weiß halt nicht. Wenn ich jetzt wieder auf ein Dings treffe, wo die Spielfigur steht, dann ist die natürlich nützlich. Habe ich ein Feld, wo keine Spielfigur ist, ist sie nicht nützlich. Das weiß ich vorher, aber glaube ich nicht. Deswegen, die Säurekanone würde ich ganz gerne ausprobieren. Wäre interessant, ob die mich auch verletzen kann. Dann nehme ich das glückliche Händchen noch raus. Denke ich. Ja. So machen wir das. Hm. Genau. Da wird eine Schüssel benötigt. Also spazieren wir hier entlang. Verlorenes Mädchen. Woher kennst du meinen Namen? Geht's dir gut? Kenne ich dich? Du hast noch nicht die richtigen Fragen gefragt. Aber ich frage mich, ob du mir sogar helfen kannst. Meine Säure. Die Kinder des Königs sind die einzige Triplatte in Freiheit. In der Mitte dieser Kriege sahen meine Töne, wie du. Ich fühle mich, dass ein Teil von mir fehlt. Können Sie sie für mich finden? Äh, wie sehen sie aus? Wie heißen sie? Äh, wie sehen sie aus? Wer, glaube ich, erstmal interessant ab, falls wir die nur aus der Ferne sehen. Das ist nicht wichtig. Du wirst sie wissen, wenn du sie siehst. Nachher allgemein, du wusstest mich. Soll ich deine Geschwister finden, oder nicht? Wenn du sie findest, sag sie, dass du mich am selben Ort auf dem Schiffspot, über den Schwertbritzen. Find uns da, wenn wir alle gesammelt haben. Und ich werde dir etwas haben. Wenn ich dir helfen soll, muss ich mehr wissen. Mehr wirst du mir nicht erzählen, oder? Du findest uns in den Teapoten, in den Trenchen und unter dem Grund. Ich hoffe, ich sehe dich wieder, Yvonne. Sir, ein tausend Entschuldigung, Sir, aber... Ihr mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambé? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. The sire, it's burnt to a crisp. Oh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have Chef serve it to me at dinner. And if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, Sir. Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice that Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. I'm having a ball. Simply a great time. Okay, so siehst du aber nicht aus. So sieht er definitiv aus, ja. Dann hupen wir erstmal hier weiter. Hup. You don't fit in here, my dear. Danke. Sag's nicht weiter, ich bin eine Einzelin. Ich bin neu hier. Sollte das vielleicht nicht so hinaus besorgen. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Which of course it never does. Have you tried the cake? Ja, der mit ihrem Kuchen hier. Aber der hat doch irgendwas für mich. You don't fit in here, my dear. Oh, I most certainly will not. Anything to break up the tedium of war and these endless parties. Why, you may be our only hope, dear. My brother, Arthur. You remind me of him. He was a soldier. And I see the same determination in your eyes, child. I do wonder what's become of him. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Er vermisst sich auch. Well, dear. Aren't you a ray of sunshine on a rainy day? My only brother. Still out there? Thank you. You've raised this old fool's spirit. Good. Hätten wir das auch abgeschlossen. Hier haben wir noch so ein... Ach, Belohnung. Zeitfalle. Okay. Questbelohnung. Da steht, glaube ich, auch noch einer. Yep. Ich möchte hier jetzt noch nicht würfeln. Ich möchte auch noch nicht zum, zum, äh... König gehen. Da kann ich nicht reden. Da gibt's noch was. Jetzt gibt's noch ein bisschen Geld. Wow, ich stehe viele davon rum. Ich verpflichte, Kuchen zu essen. Gibt's glümmeres, ne? Bist du fertig? Danke. Was für ein Ablenkungsmanöver. Ja, genau. Äh, ja. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe dein Cousin den Glöckner getroffen. Er sagt, er denkt oft an dich. Er vermisst dich. Au, keine Ahnung. Ich bin mir der aber so säg. Ich bin wohl Ich bin kein Problem. Für mich ist ein Problem, Ich bin nicht klar. Ich bin ein Problem, aber ich muss ich keine Ich bin ein Problem, ich bin ein Problem, dass ich es ihnen sage. Gut, dann habe ich das auch abgeschlossen. Das ist aber ein schönes Bild. Ich sehe nichts. 100 Münzen. Aber die hat dann auch was mit dem Ablenkungsmanöver. Aber jetzt kann ich nicht mehr mit der reden. Ach, komm schon. Ich will doch wissen, was für ein Ablenkungsmanöver. Na gut, daneben nicht. So, was haben wir hier noch? Die können wir nicht ansprechen. Gebiet der Baroness, Hügel der wilden Karten, Gebiet des Herzogs. Da kommen wir nicht durch, da können wir nur reisen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal würfeln und dann gehen wir zum Herzog. Ich sage immer König zwischendurch. Das ist der Herzog. Diese Kolosse einfach. Okay, er geht weg. Das heißt, wir können da gleich durch. Aber erstmal gehen wir natürlich noch zum Herzog. Wir wissen. Guten Tag. Hi, ich bin Yvon. Äh, ich möchte den Krieg beenden, um einen Freund zu retten. Entschuldigung. Ach, komm schon. Soll ich dir gleich nur dazu sagen, dass ich eine Einzlerin bin? Guten Tag. Gut, dann müssen wir also jemanden fragen, wie man einen Herzog grüßt, ja? Die haben das für uns. Ah. Ich bitte um Vergebung, mein Herr oder meine Dame? There you go, darling. Now go on, run along. Gut, jetzt können wir den Herzog ordentlich grüßen, ja? You, you may approach. Warum, warum, warum kann ich nicht? Warum darf ich den jetzt nicht ordentlich grüßen? Hallo? Ja, ich weiß. Aber warum geht das denn bei ihm nicht? Schade. Ich wollte ihn doch jetzt grüßen. Das ist aber komisch. Ach nee, Dicey, bleibst hier. Hm, dann gehen wir erstmal weiter. Ist der nicht eben weggegangen? Es muss ein anderer gewesen sein, ne? Aber er ist dann hinten, sehe ich noch Ausrufezeichen. Wo ist denn eben einer weggegangen? Guten Tag. Ich möchte eine Audienz beim Herzog. Äh, so? Oh nein, heavens no. Du willst nur eine kleine Bobb am Ende, Dicey. Es ist immer so unseemlich, wenn eine Frau zu weit runtergeht und dann sie sich auf die Hände wie ein... ...ein Trinkbeer. Jetzt mach doch mal vor, hier. Ah, so geht das. Oh, wundervoll, wundervoll, yes. Perfekt wundervoll. Jetzt, was wollt ihr, zu diskutieren? Äh, ich möchte den Krieg beenden. Kannst du mir mehr Benimmregeln beibringen? Oh, heavens, yes, I could. However, I won't. I'm much too important to be a schoolmaid to some roustabout. Hallo? You want just a slight Bobb at the end, child? Wie gemein. It's always so unseemly when a lady goes down too far... Ja, answer. ...and then snaps her head up like a... ...a drinking bird. Look at you. You're the spitting image of an unskilled labourer. ...perhaps a chimney sweep? Und du bist das Ebenbild aller Idioten. Ich möchte mit dem Herzog über den Krieg sprechen. Child, child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as... ...my most esteemed lady. And the Duke is... ...your imperial majesty... ...rightful lord of freedom. Ah, ja. Okay. Danke, du Freak. Danke, meine hochgeschätzte Dame. You're very welcome, little lady. Haben wir jetzt alle Bindemregeln gelernt? Können wir jetzt endlich dem Herzog Hallo sagen? Ja, können wir. You, you may approach. Ich verneige mich. Yes. Ich bitte um Vergebung. So. Eure Kaiserliche Majestät, rechtmäßiger Herr von Dreiheit. Du schicke Person. Oh, Esser der Torten und Veranstalter extravaganter Partys. Hier da. Oh. Ich bin Even, die Würfelspielerin. Und du? Ich bin Even aus Eins-Felden. Spielerinnen des Würfels und Prinzessin. Erlaube mir, mich mit äußerster Demut und großem Respekt vorzustellen. Ich bin Even. Well, well, now. Finally some Respekt around here. Well, madenlady Even. What brings you to the company of the Duke? The one and only rightful ruler of freedom today. Also, das ist so. Kannst du mir etwas über Nishka erzählen? Lebst du wirklich so? Wie läuft der Krieg? Wie ist dein Vater gestorben? Und, äh, ich muss los. Also, äh, Nishka. Our old bodyguard. Oh, heavens. What does there love to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her sins. She's dead and gone, I suppose. Äh, sie lebt. Besuchst du sie mit mir? Glaubst du, dass sie dich vermisst? Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare. You understand? But no. I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child. And I can't have my people remembering them. Kein Kuchen übrig, ja? Hast du vielleicht etwas, das ich ihr zeigen könnte, damit sie sich erinnert? No, no, out of the question. I have only your word that she's even alive. And we've just become acquainted. Then again. All right. I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. Aha, aha. I will give you something of extreme value, if you will in turn do me a favor first. Natürlich. Was sollst du denn sein? There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father. His favorite child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there. And it proves that I was fathers' favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. Okay. Ich hab noch Fragen. Lebst du wirklich so? What other way is there to live? What? As a commoner? We've already got plenty of them, I'm afraid. But there's only one me. I owe it to my people to be the most me I can be. Pass me some sweets, will you? Nee. Wie läuft der Krieg? What is there to say? The dreadful thing drags on my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then, sweets do make the time pass more pleasantly. Don't you agree? Wie ist dein Vater gestorben? Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead. With the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. So wie Dicey? Metaphorically speaking. I think... One of my lovely Spies told me, Someone locked it up on fathers' robots' head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap by now. Inklusive der Waffe, ja? Wie convenient. Ach nee, das wissen wir. Natürlich, selbstverständlich. Ich muss los. Wir haben einen Schlüssel. Eine bronzene, verzierte Kreatur, die sich geschworen hat, ein ganz bestimmtes Schloss zu öffnen. Sehr schön. Dann will ich hier nicht festpacken, sondern wir gehen mal zurück. Wir hatten ja das Tor. Hier, Würfel rein. Äh, Schlüssel rein. Und hindurch. Ah, wir dürfen kämpfen. Alright. Das wäre eine Folge Lost in Random ohne Einkampf, hm? Jetzt haben wir aber gerade meine beiden Finger auf der rechten Hand eingeschlafen. Deswegen mit kleiner Finger. Das ist gar nicht so gut. Hm, der da oben nervt ein bisschen. Aua. Ich weiß, die kann doch mal aufsammeln, wir haben volles Blatt. Ach, ich muss mal ganz kurz meine Finger aufrecken. Das ist doch furchtbar. Ich kann so nicht spielen. So, nachdem meine Finger jetzt so wieder wach sind, können wir weitermachen. Und zwar, das könnten wir natürlich mal nehmen. Wir haben eine 3 gewürfelt. Wir machen, glaube ich, erstmal alle ein bisschen günstiger. Ja, ist, glaube ich, egal. Aber wir machen das mal. Ich hätte nämlich ganz gerne... Gibt es hier ins Waffen, das würde ich auch nett. Das würde ich aber eher aufs Schwert legen. Wir nehmen mal die Pfeile. Und den hier. Das Blinzeln Schaden verursacht. Und wir ziehen nochmal eine Karte weg. Kriegen wir auch noch eine kostenlose. Jetzt kriegen wir ein Schwert. Toll. Ich nehme den jetzt trotzdem mal mit. Vielleicht geht das ja auch... Es scheint auch auf die Pfeile zu wirken. Gut, und dann... Gebe ich ihm hier mal was mit. Okay. Okay. Macht ihn das Schaden? Oder fällt der immer einfach nur um? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut. Jetzt haben wir den schon mal weg. Der war echt nervig. Ich bin nicht so früh ausgeglichen. Ah! Er hat zwei Pfeile verschossen. Ah! Wir haben ein Schwert. Weiß sie? Äh, drei. Das ist gut. Dann nehmen wir das Schwert auf jeden Fall mit. Wir nehmen uns einmal Schutz. Jetzt die Frage. Leben oder Säurepfeile? Ich glaube, ich nehme die. Nein, jetzt habe ich das... Ah, ich habe das falsch hingesetzt. Das schießt auch noch in die falsche Richtung. Oh, das ist zum Kotzen. Ja, einmal nicht genau hinguckt, ne? Na gut. Lässt sie nicht ändern. Es ist wie es ist. Na ja, mach mal. Ah! Aua! Oh, noch so einer. Aua. Es ist ein bisschen eng hier gerade. Gut. Äh, Zeit verlangsamen wäre jetzt gut. Äh, hatte ich den nicht rausgenommen? Ich dachte, den habe ich aus dem Deck rausgenommen. Okay, das kann ich mir leider nicht leisten. Dann machen wir einmal die Zeit. Ja. So. Nein, mein Schwert ist kaputt. Ich treffe nix gerade. Gar nix. Die treffen die ganz gut. Volles Blatt. Wir haben wieder Schwerte dabei. Das ist gut, die brauche ich unbedingt. Leben wäre jetzt auch toll gewesen, aber man kann nochmal nicht alles haben, ne? Wir ziehen nochmal eine Karte. Sehr gut. Den hatte ich mir erhofft. Äh, dann ziehen wir nochmal ein stärkeres Schwert zurate und, äh... Wir machen nochmal langsam, ne? Auf den hier gehe ich mal. Okay. Das hat schon mal ordentlich was gebracht. Mann, ey, ihr seid mir alles zu dicht. Braucht Platz. Äh, da vergiftet die Waffen. Hm, 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 hm. Den würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich mache erstmal... Die hier. Ich nehme mich den hier mit. Ich hoffe, ist egal, wo ich die setze. Der vergiftet meine Waffe und nehme den auch mit. So. Und dann... Aua. Ich muss langsam ein bisschen aufwassen mit meinem Leben. Ich hab das gerade richtig gesehen, dass das auch meine Schleuder vergiftet hat. Ach, da oben war einer, der schießt. Glaub ich aber gar nicht, wieso. Ein volles Blatt. Leben, auf jeden Fall. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Am liebsten gleich nochmal, aber ich würde auch die Pfeile gerne mitnehmen. Äh, wir nehmen mal die Pfeile mit. So. Und dann gehe ich gleich mal da oben auf den Wertenherrn. Aber die Wäschmorde, die ich mitgeben können. Nein. Nein, Aua. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ich glaube, ich habe die Pfeile gerade versemmelt. Das sieht nach Sterben aus, meine lieben Leute. Einmal Schutz. Schwert. Schwert brauche ich. Hilft nix. Nein. Ich will nicht sterben. Nein. Oh. Der ist so nervig da oben, ne? Volles Blatt. Warum ist denn kein Leben dabei? Komm schon, jetzt haben wir es mal braut. Äh. Was nehmen wir denn mal? Ich glaube, wir machen alles ein bisschen günstiger. Dann nehme ich das Schwert nochmal mit. Zeitverlangsamung wäre auch schön. Ich will den mal ein bisschen festsetzen. Ist der so noch mit drin? Ja. Und dann nehme ich den Geist noch mit. Ja. Und dann kann ich den eigenen Wesen schon mal außer Gefecht setzen. Und dann kann ich den eigenen Wesen schon mal außer Gefecht setzen. Ich weiß nicht, ob Geist hier, die von da oben kriegt. Da sind Bögen. Also Pfeile, nicht Bögen. Ein Bogen, mehrere Pfeile. Nein! Ich habe nur eine Eins gewürfelt. Ach, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Mann. Was soll ich denn machen ohne Dinger? Er kriegt die auch nicht zu fassen, glaube ich, ne? Schwert. Schwert. Aber das Schwert bringt mir gerade nicht allzu viel. Komm schon. So ein Bogen wäre jetzt ein Segen. Volles Blatt. Kein Bogen. Kein Bogen. Kein Bogen. Die wird da, glaube ich, die wird da, glaube ich, nicht drankommen, ne? Die wird da, glaube ich, nicht drankommen, ne? Sieht nicht so sehr danach aus. Pfeile, bitte. Hier haben wir noch keine Pfeile. Ich darf ja einmal Schutzmechanik, das muss ich nehmen, das hier fahre mal mit. Weil wir nicht gleich drauf gehen. Das bringt mir halt nix. Das ist halt alles irgendwie... ...egal gerade. Ah, stimmt, die Schleuder vergifte ich ja auch. Das könnte mir doch helfen. Ich würde, dass ich die mitgenommen habe. Wo ist Dice? Sie sammelt den Kram ein. Volles Blatt. Wir haben Leben, das nehmen wir auf jeden Fall. Den hier nehmen wir mit und Leben nehmen wir. Einmal und dann vergiften wir nochmal unsere Schleuder. Dann kann ich das andere Leben zwar nicht mehr nehmen, aber ich kriege den jetzt vielleicht endlich weg da. Wie, jetzt vergiftet das nicht mehr. Da habe ich mich gerade verguckt. Immer wieder volles Blatt. Immer noch keine Pfeile. Ah, warum nicht? Gib mir Pfeile. Wirklich? Das bringt mich doch alles nicht weiter. Ich brauche Pfeile. Ohne Pfeile kommen wir hier nicht weiter. Sind wir hier stuck. Wieder ein volles Blatt. Pfeile! Oh, yes. Damit haben wir ihn. Gott sei Dank. Belohnung. Kristallfluch. Wenn du Kristalle zerstörst, die deinem Gegner sind, erleidet dieser ebenfalls Schaden. Der Kristallfluch hält 30 Sekunden lang an. Das ist gut. Den brauchen wir unbedingt. Müssen wir es kaufen. Okay. So. Jetzt holen wir uns da oben noch die Seite und dann beenden wir diese Folge. Wir sind nämlich bei 48 Minuten. Upsi. Vielleicht kürze ich das nochmal. Ich meine, wer guckt schon 48 Minuten? Einmal hier hinter. Und da oben rauf. Belohnung. Hälfte des Porträts des Herzogs. Ein Teil des Puzzles. Kombiniere es mit dir am zweiten Teil, um Licht auf die Geschichte der Drillinge zu werfen. Sehr gut. Wir bleiben hier jetzt stehen. Machen hier jetzt einen Cut. Und wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das euch nochmal teile. Wenn nicht, dann kriegt ihr eine sehr lange Folge. Ich entschuldige mich im Voraus. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und das ist für nächstes Mal. Ciao.